Manchester City gegen Bayern München, das ist meine Traineranalyse und wie es ausgehen wird. Bleibt bis zum Ende dabei, denn da gibt es noch ein Gewinnspiel. Ich gehe davon aus, dass Bayern hier in Rot in ihrer bekannten Grundordnung 4-2-3-1 Manchester City pressen wird, wahrscheinlich sogar extrem hoch. Bauen wir aber Man City jetzt nochmal kurz rein, in welcher Grundordnung Sie in der Regel starten werden. Sie werden mit einer Viererkette starten, mit einem Spieler auf der 6, hier mit zwei Achtern und mit drei Spielern vorne drin, Haaland im Zentrum und die Espressospieler, die hier immer außen stehen bleiben und auf die Spieler warten. Was aber auffällig ist bei Man City, wenn Bayern ihnen Zeit lässt, das Spiel aufzubauen, dann verändert sich eine Position extrem, das ist die Position in der Regel von Stones. Der eigentlich gelernte Innenverteidiger im Aufbauspiel auf der Außenverteidigerposition spielt, aber er schiebt bei Zeit immer hier in die Mitte rein und aus dieser Viererkette hinten entwickelt sich eine Dreierkette. Sprich, das Spielerzahlenverhältnis im Zentrum wird ganz anderes durch die Verschiebung. Drei Spieler der Bayern hätten dann vier Spieler von City zu verteidigen. Und genau mit diesem Thema muss sich Thomas Tuchel auseinandersetzen, ob er möglichst früh Man City presst, damit diese Verschiebung überhaupt nicht stattfindet, beziehungsweise wenn es Man City doch mal schafft, Tom Stones ins Zentrum reinzuschieben, wie gilt es dann zu verteidigen? Was glaubt ihr, welche Wrestling-Strategie wird Thomas Tuchel wählen? Hohes Anlaufen, um diese Bewegung zu vermeiden oder vielleicht sogar tiefes Abwarten, aber dann in wenig Ballbesitz zu kommen. Und jetzt euer Tipp zu diesem Spiel. Schreibt ihn mir in die Kommentare und der den richtigen Tipp abgibt, unter denen verlosen wir einen Hoodie von der Deutschen Vermögensberatung. Mein Tipp für dieses Spiel, 2 zu 2.